hallo und herzlich willkommen hier bei game story zu der zweiten folge mabuko mit capitalism ja ich werde es noch mal probieren mit der ersten szenarien mission ich habe auch einen plan den ich ja im letzten part schon gestrigen part so gesehen schon angekündigt habe und zwar werde ich versuchen dass ich dieses ja dass ich das eher mit fremdeinkauf versuche beziehungsweise wirklich fast nur oder eigentlich nur mit fremdsachen das ganze machen und die zehn eigenproduktionen halt irgendwas fleisch oder so ist halt beständig ist im ding aber der rest herum soll quasi tatsächlich nur andere anderes zeug sein weil ich muss ja nicht selbst produzieren bis auf zehn stück also ist ja kein problem an sich gesehen einzige was ich eventuell machen wollen würde wer vielleicht betten aber das das ist so eine sache die muss ich unbedingt sein sein also ich gehe überwiegend davon aus dass ich einfach nur das zeug verkaufe was andere herstellen das ist glaube ich ziemlich okay dafür müssen wir jetzt natürlich warten bis jemand kommt aber ja es ist schon jemand jemand fängt schon an zumindest sachen zu machen aha da kommt da kommt schon also zumindest der eine das gleich bankrott gegangen der hat angefangen also landfleisch ist schon mal da aber landfleisch will ich selber verkaufen eigentlich deshalb aha da kommt eine research center und da geht schon mit motorrad motorrad und reifen los das hilft uns aber immer noch nicht wirklich weiter denn wir brauchen natürlich aha ihr verkauft jetzt das fleisch dort aber das interessiert mich noch nicht ich interessiere mich eher für zeug wir müssen quasi jetzt so ein bisschen auf produzierte güter warten interessanterweise geht's gegen die anscheinend er erst darauf ein das zeug zu hoch zu pushen aha da werden motorräder verkauft das ist doch schon mal ein guter startpunkt dann fangen wir doch damit mal an das heißt wir bauen wir bauen uns hier ein wahrenhaus einkauf nachschub und fangen damit an und der verkauf dann fangen wir hier mit dem motorrad an er verkauft es auch auch für 10.000 das könnte ein problem sein er verkauft nämlich auch keine das heißt wir werden den preis ein bisschen drücken wir können ja es würde immer noch genug gewinn einfahren sofern die leute kaufen würden er hat jetzt auch den verkauf er drückt den verkaufspreis genauso wie ich weiter runter wir liefern uns jetzt einen preiskampf jetzt werden sie verkauft ok er verkauft für 6.880 ich verkaufs für wir verkaufen es für noch günstiger wir verkaufen es für noch günstiger auch bier 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 k Es wird uns zwar aktuell noch nicht viel nutzen, schätze ich mal. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, die Gesamtkosten sind gestiegen. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich auch dafür beitragen, dass wir da ein bisschen höher einsteigen. Er verkauft für 7.480, das heißt, er macht aktuell Verlust. Das mache ich auch. Oh, er verkauft Kleider. Pullover und Socken. Das heißt, die werden wir auch ins Programm nehmen. Allen voran der Pullover. Sieht mir sehr interessant aus. Wobei, von den Socken verkauft er mehr. Okay, jetzt Motorrad. Oh, scheiße. Das Motorrad wird immer teurer. Ja, aber Fremddinger, das ist anscheinend auch nicht so der Burner. Ah, jetzt geht's nach oben. Okay. Aber wer kommt trotzdem nicht so richtig auf die Seite? Okay, jetzt geht's. Ich versuche mal die Pullover auch an jemanden zu bringen. Vielleicht das große Problem ist in der Hinsicht, dass das Zeug hier in der Stadt unbekannter ist als in der anderen Stadt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier ist das problem mit dem motorrad hat noch das ist relativ unbekannt es weil es hier kaum verkauft wird anscheinend ist das eine blöde sache was sieht denn hier 51 54 ok warte mal dann müssen wir vielleicht doch werbung schalten ich bin einfach in der falschen in der falschen ecke da verkauft sich für 20 9 vielleicht ist die stadt wäre besser geeignet gewesen als anfangspunkt da 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 Ich glaube, ich brauche hier auch ein Schwarzimmer. Leihen wir uns mal hier Melle und bauen auch hier ein Warenhaus her. Und verkaufen wir hier auch das Motorrad? Ach, das ist eine Preisabsprache. Okay. Hm. Weiß ich wahrscheinlich schon alle verkaufen. Ich fahre jetzt auch nichts mehr raus. Geile Sache. Anscheinend. Ah, jetzt kommt's. Geile Sache. Geile Sache. Geile Sache. Geile Sache. Nein. Verkauf bitte. Oh, toll. Bin schon wieder pleite. Geile Sache. Ha. Nein, das sieht alles schon wieder nicht so gut aus. Hm. Das haut nicht so ganz hin. Das haut nicht so gut aus. Was ist mit dem Bier von ihm los? Da macht er ja gar nichts mehr. Ach, weil er es so günstig verkauft. Deshalb. Aber irgendwie nimmt es dann gar keiner mehr. Auch gute Sache. Aber das Problem ist trotzdem. Es klappt nicht so recht. Leder. Also sowas wie ein Bett oder so, das muss man glaube ich wirklich selber machen. Habe ich so das Gefühl. isch gut aus. Was ist mit dem Piepton? Oder was ist mit dem Piepton? THEY longe T musik. Das gilt für die Hintergrund. Aber es ist W So, Kakao. Das ist auch irgendwie keine Lösung. So haut das auch nicht hin. Das ist doch nicht wahr ey. Okay wir warten jetzt einfach mal bis hier irgendwas Gutes dabei rumkommt. Das ist jetzt aktuell das einzige was mir einfallen würde wo ich irgendwie was reißen könnte. Was schneller hier. Das ist eh normal. Und hy ist sehr schnell. Baumwolle, Papier. Baumwolle und Papier sind Windeln. Baumwolle und Papier sind Windeln. Aber dann wird halt nicht mehr viel nachkommen wenn wir das kaufen. Aber weißt du was? Probieren wir es. Probieren wir es mit Baumwolle und Windeln. Ähm dafür brauchen wir natürlich eine Fabrik. Ähm. Ein Kauf. Papier. Und ein Kauf. Baumwolle. Baumwolle. Manufaktur. Und Verkauf. Dann brauchen wir natürlich. Dann brauchen wir natürlich. Ein Vertriebsweg. Das Warenhaus. Einkauf. Einkauf. Herkauf. Herkauf. Mal schauen, ob sich Windeln gut verkaufen oder nicht. 54%. 54%. 56%. Passt in die Anzeige. Ah, dann nehmen wir die wahr. Shreya. 50%. Zitgeräte. 50% 3. glas das ist unwichtig das ist doch schon wieder zu kotzen Binnen sind auch kaum was wert wo macht der denn seine Jeans das ist merkwürdig auch da oben um Motor. Erwindeln sind halt auch so eine Sache. Nämlich gar keine. Ach, wenn er sie sehr günstig verkauft, dann geht die Marke hoch. Aha. Okay. Lass mich das mal überprüfen. Das macht ja sonst keinen Sinn. Bei ihm ist die Marke ja quasi täglich gestiegen. Ich mache das auch. Und die Marke steigt da wahrscheinlich. Das ist doch eine Verarschung von den Herren. Komm schon. Ah ja, macht sechs. Boah, okay. Ich verstehe. Ich weiß, wie er das macht. Ja, da steigt, da steigt es zwar auch, aber... Da kannst du ja, da kannst du ja kein Geld mitfachen, so. Also danach dann schon, das ist klar. Aber da musst du ja erst einmal schauen, dass du da hochkommst. Aber ja, ich verstehe schon. Ja, ja. Ah, ich verstehe schon. Ah, jetzt kapiere ich, wie ich das machen. Aha. Und schon steigt es in die Höhe. Das Problem-Server. Oh, Holz. Holz, 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 Holz. Das brauchen wir ganz unbedingt. Denn ich will meine Betten machen. Einkauf. Holz. Und dann... Was brauchen wir für... Was brauchen wir neben... Ja, eigentlich nichts mehr. Es ist doch einfach nur noch Manufaktur. Dann wird ja draußen ein Bett. Wenn ich mich nicht recht entzündere. Dann passt man doch was. Dann macht man nicht. Okay. Verkauf. So. Einkauf. Bett. Verkauf. Bett. Und da machen wir auch Heavy-Werbung für. Verkaufen ist... Aktuell noch für sehr billig. In die Marke zu pushen. Ja, wie ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und dann kann die Windel gemacht werden. Genau. Okay, und der Einkauf, der ist quasi für nichts. Moonbeam ist nach einem Jahr bankrott. Okay. Bei mir geht es gerade richtig ab. So ist gut. Okay. Also Holz werden wir erst einmal, das wird nicht verschwinden, weil da bin ich aktuell gut dabei. Das sieht sogar sehr gut aus aktuell. Also Windeln können wir verkaufen. Weiter. Und Betten auch. Windeln könnten wir sogar ein bisschen teurer noch machen. So, und jetzt machen wir eine Research Facility auf. F&E Zentrum. Bauen wir hier hin. So. Und da das Bett. Und zwar jährlich. Auto F&E bitte. Unter Runden. Machen wir die Windel. Auch jedenfalls ein Jahr. Ein bisschen reinpushen. So. Gut. Hier rüsten wir auch ein bisschen auf. Gut. Ich glaube, damit haben wir schon eine sehr gute Grundstruktur geschaffen. Vor allen Dingen unsere Betten gehen gut raus. Ge sci-fi. Na ja, die Betten haben trotzdem noch Probleme, richtig rauszukommen. Also die Manufakturen, die kriegen das noch nicht so ganz hin. Trotz zwei davon. Die Nachfrage ist einfach so stark. Da fällt mir eigentlich nur ein, den Preis noch zu erhöhen, dass nicht so viele gekauft werden, aber die, die verkauft werden, dass die dann zu einem guten Preis weggehen. Die Nachfrage ist einfach so stark. Die Schokorillen gehen normalerweise auch immer gut weg. Die Schokorillen gehen normalerweise auf keinen Fall zu zweit. Hm. Hm. So richtig klappen will es jetzt aber auch wieder nicht mehr. Er verkauft auch Betten für 476. Genauso wie ich. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hauen wir mal die Werbung wieder ein bisschen runter. Dann kriegen wir vielleicht auch wieder ein Plus. Jawoll. Jawoll. Damit kommen wir wieder besser. Auf jeden Fall rein. Da mir die irgendwer wegkauft, werde ich da mal die Preise ein bisschen hochschrauben. Die gelten ja nicht für mich, sondern die gelten ja für den anderen. Das soll dafür sorgen, dass der... Ach, die zahl ich dann auch. Scheiße. Hm. Hm. Ne. Die zahl ich nicht. Gesamtkosten 297? Doch, zahl ich trotzdem. 290. 298. Okay. Die zahl ich dann auch. Da mache ich natürlich den Gewinn daraus. Weil die Betten sich so gut verkaufen. Wenn ich jetzt da... Ne, eine Marufaktur verwindeln macht ja auch wenig Sinn. Die Wündeln gehen halt auch wieder so schnell weg. Und dann machen wir doch Papier und Baumwolle. Das geht fast gar nicht anders. Das musste ich eher die Windeln noch mal irgendwo noch mal produzieren. Das ist ja auch scheiße. Ja, die Windeln wird auch echt gut verkauft, ey. Das geht. 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 Das ist jetzt schon gar nicht so ganz verkehrt aus. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Das wäre. Naja. Okay. Jetzt geht es auf jeden Fall rund. Und wenn ich jetzt sage, dass wir die Windeln nur Inzian verkaufen. Weil ich die selber komplett wegkriege. Vielleicht werden die sowieso nur Inzian verkauft. Ich habe eh nur die Möglichkeit aktuell. Der Lipo schreibt mehr als gestern. Wow. Guten Tag. Guten Abend hast du geschrieben. Also du hast jetzt schon dreimal mehr geschrieben als gestern. Moment, man muss das reichen. Ach, ja, ist das schon. Okay, das sieht doch jetzt schon mal ganz okay aus. Na, Weizen. Nö, kein Weizen. Die Frage ist, was könnten wir jetzt als nächstes entwickeln oder rausbringen? Ich könnte hier natürlich auch. Gut, der ist hier aber noch echt wenig unterwegs. Da könnte ich auch was anfangen. Die Frage ist, was? Ich könnte hier auch Windeln und Betten verkaufen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Das Problem ist nur, dass ich ja je nicht mehr hinterherkomme. Das ist nicht mehr aktuell. Das ist vielleicht nicht so gut. Better auf jeden Fall. Das kriegen wir eventuell hin. Da werden wir dann aber auch noch mal Werbung machen müssen und zwar heftig. Was haben wir denn hier? Der einzige, der hier anbietet, ist der hier. Das heißt, wir müssen eh mit dem hier arbeiten. Bewerben wir mal heftig. Ziehen den Preis runter. Um eben das Average zu erreichen. Dass die hier holen, dass die das hier weg kaufen. Los, los, los. Kommt schon. Los, kauft die Betten. Absatz 2 So, und jetzt können wir sie hochstehen. Die Wirkung können wir auch wieder runterfahren. So, was verkauft er denn hier? 33, 62, 89. Okay, Pullover, aber das ist auch noch nicht so der Burner. Okay. 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 Oha, ein Schokoriegel ist raus. Okay, Schokoriegel, Warn. Lass uns mal kurz gucken. Kakao und Milch. Tabak, das hab ich schon probiert, das war nicht gut. Kakao und Milch. Kakao und Milch. Das mit den Zigaretten hätte ich ja auch besser hin, hätte ich ja auch besser hin machen können. Verkauft noch jemand Betten. Arschloch. Oh, die Sofa. Das Sofa verkauft sich gut. Warte mal, dann machen wir's andersrum. Dann verkaufen wir keine Schokoriegel mehr. Dann verkaufen sein Sofa. Geht nicht, weil er so intern verkauft. Arschloch. Okay. Okay. Okay, dann versuchen wir, dann versuchen wir den Kakao selber zu verkaufen. Dann brauchen wir aber Kakao. Ah, und den brauchen wir heiß mäßig. Heiß und mäßig haben wir hier schon mal, wird man allerdings auch ein gutes Preis. Ah, da 64. 62. 64 ist schon mal gar nicht verkehrt. Zumal hier. Oh, da. 100? Wo war die 100? Wo war die 100? Da war irgendwo 100. Da. Aber heiß und gering. Fuck. 62. Oh, heiß und mäßig. 100%. dann sind wir hier ja perfekt da bauen wir gleich den landwirtschaftlichen besiebt hin das ist ja perfekt also ernte anbau kakao dann machen wir eine lagersektion und den verkauf und dann können wir hier eigentlich auch gleich machen wir hier auch gleich die kuh für die milch d d d d d d d Gut, der Kakao wird ausgesät. Der Schokoriegel kommt gleich wieder. Gut, unser Bett verkauft sich da ganz okay inzwischen. Aber wir brauchen halt noch irgendeinen Burner. Einen Burner brauchen wir noch. Nur produziert hier lokal niemand. Nur produziert hier lokal niemand. Wir werden hier schon mal den Schokoriegel aufwerten. Und den werden wir als nächstes herstellen. Ja, die Windel ist ein Problem. Wir kriegen nicht genug Windeln her. Aha. Was für den Verkauf reicht's? Für meinen Verkauf? Dann machen wir die Schokoproduktion auf jeden Fall hier. Sobald ich zumindest Schokolade habe. Sobald. 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 Manufaktur Soko-Riegel So, und die liefern wir natürlich zum einen hier aus Warum keine Schoko? Achso, ich habe noch keinen Verkauf gemacht Vielleicht sollte ich auch einen Verkauf setzen, sonst wird das nichts So, jetzt Zum einen hier Oh, und da geht's hoch Oh yeah Okay Und den Schoko verkaufen wir hier natürlich auch Nur hat der hier natürlich noch keine Marke Das müssen wir natürlich ändern Deshalb werden wir den erstmal Unter Wert verkaufen Oder beziehungsweise unter Wert verkaufen, sondern Wir verkaufen ihn Äh Ja, ich würde jetzt gerne weitermachen, danke Heavy bewerten Los, 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 los Wir brauchen die Marke Wow Er schießt durch die Decke Selbst das so günstige Preis Das ist das so günstige Preis Das ist das so günstige Preis Okay Dann können wir die Werbung Wieder etwas runter fahren Wie sieht sie hier aus? Ach, da sind Da werden die auch nicht beworben Dann müssen wir das doch hier auch noch machen Schokoriegel Einmal heftig bewerben, bitte Hm Gibt es Probleme mit der Lieferung? Ich glaube ja Nee Haben wir hier Probleme? Ja Okay, wir müssen Mehr Schokoriegel machen Ich sehe schon Sie sind zu schnell aus Überraschenderweise Mehr Schokoriegel fürs Volk Ja 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 Wir haben eindeutig Probleme mit den Schokoriegeln Schokoriegel Ufff Die Schokoriegel nicht Ja Okay Schokoriegel Nur interner Verkauf Da wir die Schokoriegel So kaum herkriegen Heilige Scheiße Ja Schokoriegel Sind Sehr beliebt Holy shit Jrzyk Die Schokoriegel Die Schokoriegel Die Schokoriegel Die Schokoriegel Die Schokoriegel Wenn es Spikes Das ist Spikes Ja Ich sch utilization so okay passt die preisabsprache das sieht auch okay aus Bindeln sind auch in Ordnung das Problem ist, dass wir hier immer noch Verlust machen Okay, das ist es auch nicht Amsung weiß ich nicht mehr, was es noch sein könnte, was mich immer wieder auf den Desktop zurückschmeißt Ich weiß es nicht Irgendwas tut es, ich weiß nur nicht was Wir können die Schokoriegel noch um einiges teurer verkaufen Auch die Betten sind nun wieder besser vermerkbar Okay, wir haben Milch und Kakao, können wir da noch irgendwas damit erstellen? Kann man mit Milch noch was machen Mit Zucker, Eiscreme Und mit Glas, Glaschenmilch Okay Wir haben Kakao und Schokoriegel machen, okay Also mit Zucker oder Glas Was bietet ihr denn aktuell an? Lithium Okay, das ist nichts Zucker, da müssen wir Zuckerrohr anbauen Und für das Glas brauchen wir glaube ich Ach, da könnte man Silizium herstellen Warte, dann machen wir das doch Stopp Bevor das weg ist Äh, können wir das Bauen wir uns das an Hier Anstatt die Jeans Glas und Milch Ich würde fast sagen Eher hier Ja Es wird zwar ein bisschen teurer dann Wegen der Fabrik Also da jemanden Aber komm schon Ähm So Einkauf Silizium Und Was bräuchte ich noch? Silizium Ach, das Silizium wird Glas, okay Manufaktur Dann kommt aus dem ganzen Glas Und dann brauchen wir Milch Ähm Einkauf Milch Milch Das schon ist So Einkauf Der Und wir verkaufen die Milch Die Sache wird die sein, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern Wie immer Bis die Milch angenommen wird Wobei, das Average ist schon da Wir werden es trotzdem mal ein bisschen runter drücken Und es natürlich bewerben Bewerbung haben wir wieder hoch Damit es schneller geht Und der Markenwert steigt gibt Deine 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 Toں Det Sta Okay. Dann können wir die Werbung wieder runterschrauben. Gut. Damit dürften wir mit der Milch auch ganz gut fahren jetzt. Kommen wir vielleicht jetzt auch ins Plus? Äh, nein, noch nicht. Ganz. Schade. Aber... Ist nicht so schlimm. Schade. 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 sollten sie das tun. Aber ich habe es nicht so viele, die sich nicht so viele haben. aber wir haben schon die hälfte also das haut jetzt echt gut hin jetzt wo ich weiß wie ich am besten die produkte vermarkten nein die lieferung von sulitium wurde eingestellt warum hat nicht genug verkauft wahrscheinlich jetzt kommt der zucker ich hätte noch eine zweite silizium ding machen sollen fuck ich müsste eh noch eine weitere litium noch mehr milch produzieren okay das heißt wir müssen jetzt erst einmal schauen ob wir in irgendwo silizium herkriegen da hinten ja entweder 52 qualität oder 48 war erst einmal da es hat zwar letztes mal nichts hingehauen dass ich da sowas gemacht habe aber das muss ja nicht unbedingt bescheißen also dann bauen wir hier silizium aus dann müssen wir hier um bauen damit wir noch mehr dass wir hier die manufaktur fürs glas hinschmeißen und dann flaschen milch nehmen also hier nee warte das ist falsch die manufaktur für glas ja doch das geht schon doch doch das passt schon manufaktur 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 ne geht nicht fuck also dann haben wir hier die manufaktur fürs glas nicht mehr dann machen wir die manufaktur für das hier hier hin dann machen wir die manufaktur für das hier hier hin und den einkauf für die milch dahin so So. Und da müssen wir nochmal eine Manufaktur für Glas machen. So. Äh. Ja, genau. Und du machst jetzt... Nein, du verkaufst die Flaschenmilch. Genau. So. So passt's. Okay. Puh. Damit dürften wir eigentlich... Äh. Gut hinkommen jetzt. Und dass die Flaschenmilch besser verkauft wird. Da wir sie jetzt auch ständig da haben. Oh Gott, die Sonne, ey. Warum gibt's Sonne? Ah. So, jetzt. Das sieht doch gleich viel besser aus. Oha. Oha. Oh, Windeln auch. Heilige Scheiße. Und die Schokoriegel gehen auch teurer. Okay, interessant. Oha. Interessant. Baumwolle. Baumwolle. Und Papier. Äh. Baumwolle. Äh. 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 Das Papier müsste ich fast in die Mitte setzen. Kann ich nämlich... Ja doch. Wobei. Wenn ich hier oben eine Manufaktur mache. Und hier eine Manufaktur mache. Und hier eine Manufaktur mache. Autent. Erkauf. Äh. Ne. Nicht einkauf. Erkauf. Komm schon. Okay. So. Und hier... So. Und ihr... ...kauft die Windel von innen her. So, Hier verkaufen wir ja noch keine Windeln. Das könnten wir jetzt aber auch Lamsang mal machen. Okay, Milch sieht gut aus. Auch Schoki sieht gut aus. Okay. Okay. So. Windeln verkaufen wir nur intern. Denn die kriegen wir super selber los. So. 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 anderes ganz gut mit wein oder mit chemischen materialien oder eine uhr mit stahl ich glaube wir machen wein bein ist ganz okay müssen wir nur anbauen kühl und mäßig 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 kühl kühl und mäßig kühl und mäßig kühl und mäßig mớiiff war Irgendwie nicht so der Burner. Ach, ich wierzig. ok also kühl und mäßig sieht eher schwierig aus ok ich glaube da war das hier noch eher oder hier 43 naja gut dann bauen wir hierhin landwirtschaftlicher betrieb ernte anbau weinen naga verkaufen da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Platzmonat abwarten, yay, was könnten wir denn sonst noch hier verkaufen? Könnten wir hier noch Fleisch verkaufen? Untertitelung des ZDF, 2020 Abwarten und Wein trinken Abwarten und Wein trinken Okay, wir haben wieder Probleme mit der Bettenlieferung, weil die Manufaktur nicht zu lange braucht. Erst was, dann machen wir halt noch einen Einkauf, noch eine Manufaktur, wenn es nicht schneller geht, müssen wir eben mehr liefern. Die Betten gehen weg wie warme Simmeln. Ich komm halt nicht hinterher mit der Produktion. Was ja prinzipiell gut ist, weil das sorgt dafür, dass wir besser verkaufen, so ist es ja nicht. Nichts los heute. Danke. Okay, Wein wird ausgesät. Wir könnten mal unseren Ding zurückzahlen. Wir brauchen noch den Wein, um das um die zehnte Ding zu haben. Hä? Habe ich schon Zehntes gehabt? Okay. Sie haben alle vorgegebene Ziele erreicht und das Spiel gewonnen. Yay! Ich habe nur 11 Jahre gebraucht, obwohl ich 30 hatte. Jetzt weiß ich aber auch, wie ich es machen muss. Yippie, jajayay, Schweinebacke. 117... Marktwirt... 3... Produkte dominieren. Waschflaschen, Milchwindel und... 290 nein ich will nicht im spiel bleiben ja das war natürlich im gegensatz zu dem letzten wo ich nur ein zwei punkte hatte weil schon eine ganz andere sache okay okay alternative herausforderung haben wir geschafft zurück auf dem thron ist die nächste ein unternehmen ist nicht leicht ein unternehmen erfolgreich führen ist auch nicht leicht sie haben es aber mit großem erfolg geschafft nach über zehn jahren hatte arbeit und zahllosen schlaflosen schlaflosen das ist die unternehmen sehr gewinnt rechtlich möglicherweise wird die unternehmen nicht sonderlich bewundert aber es ist eindeutig das umsatz stärkste die schlechte nachricht dass sie nur ein geringer anteil am aktienkapital ihres unternehmens halten die wettbewerber haben die aktienmehrheit erworben in der unternehmensführung haben sie keine stimme mehr und schlimmer noch eines tages könnten sie ihre stellen verlieren in diesem szenario besteht die aufgabe darin ihren entscheidenden einfluss auf die geschicke des unternehmens zurück zu übernehmen sie mehr als 50 prozent der aktienanteile ihres unternehmens innerhalb von 60 jahren erwerben gelingt ihnen das und liegen dass die jährlichen einkaufen ist und dem ist über 200 millionen erhalten sie 120 bonus punkte online aktien ich mag aber nicht mit aktien spielen aktienische scheiße das wird ein interessantes projekt werden aber das haben wir jetzt geschafft in zwei stunden und 60 jahre meine güte nein aktien sind scheiße du vergleichst aktien und arbeit miteinander aktien sind auch arbeit also ist aktien scheiße bei der arbeit hast wenigstens sicher ein geregeltes einkommen bei den aktien kannst du auch einfach alles verspielen ja genau bist du dein invalide bei den ganzen verletzungen die du hast zernibu mit 50 so also in millionärs kurs sicher ganz sicher ich glaube an dich sage ich mal in der zirka halben stunde eine stunde so irgendwelche in den trocken dann wir geht ja dann schon wieder weiter mit ihm wird schon sie ich plane heute die den ersten teil hoffentlich durch zu bekommen ohne größere probleme wir werden sehen hat es funktioniert für diejenigen die da sein sollten also sehr liebe sagt entweder wenn er da ist noch ein schön bis später und wenn er nicht da ist bis zum nächsten mal und an alle youtube zuschauer natürlich auch viele bis zu sehen ich habe es gefallen und wir sehen uns dann hoffe ich beim nächsten streams oder einem anderen youtube video wieder bis dahin einen schönen abend und später nacht und bis zum nächsten mal auf wiedersehen